Ich begrüße Sie alle auch herzlich zur heutigen Pressekonferenz. Herzlich willkommen, Herr Markus Högner. Hallo an Herrn Bernd Schröder. Herzlich willkommen auch an die Pressevertreter, an die Gäste. Ja, 0-0 ging's aus. Turbine, kein Tor geschossen, Essen aber glücklicherweise auch nicht. Ja, das erste Wort gehört wie immer dem Gästetrainer. Mit dem einen Auswärtspunkt zufrieden oder eher nicht? Ja gut, wenn man die Torchancen sieht, dann bin ich natürlich nicht zufrieden. Aber klar, wenn man in Potsdam Punkt holt, dann bin ich zufrieden. Uns war natürlich klar, dass Potsdam hier heute den Bock umstoßen wollte. Viel unternommen in dieser Woche. Wir gucken uns ja auch immer die Website an oder Facebook oder wie auch immer, damit ich möglichst viele Informationen kriege. Aber im Endeffekt hat die Turbine, glaube ich, heute auch die Rechnung unter den Wirt gemacht. Weil wir gerade auch in den letzten Spielen, finde ich, gezeigt haben, gegen Mannschaften auf Augenhöhe, dass wir in der Lage sind, diese Spiele zu gewinnen. Leverkusen samt leider im letzten Spiel dann gegen Hoffenheim verloren. Aber insgesamt natürlich, ja, Turbine hat in den ersten fünf Minuten einen riesen Druck entwickelt. Das war uns klar, ja, haben wir uns ein bisschen austoben lassen, hatten aber im Endeffekt keine zwingende Torchance. Und dann hatten wir 300-prozentige Kontersituationen, wo wir ganz klar das 1-0 machen müssen. In der zweiten Halbzeit, auch da war uns klar, dass Turbine dann natürlich gerade in den Anfangsminuten den Druck erhöht, unseren Druck setz versucht, auf 1-0 zu gehen. Das ist uns allerdings dann auch gut gelungen. Ja, ich glaube, in der 70. Minute in etwa hatte natürlich Turbine dann die riesen Torchance, wo dieser Weiß hervorragend hält. Und dann nach hinten raus haben wir im Grunde genommen dann nichts mehr angelassen und sind natürlich mit dem Punkt hoch zufrieden. Ich habe auch hier in eurer Seite, Internetseite gelesen, dass Essen nicht so einen guten Start hat. Wir haben natürlich andere Ansprüche als die Turbine. Wir können mit drei Siegen und einem Unentschieden gegen Mannschaften auf Augenhöhe 100% leben. Und man muss natürlich auch sagen, dass die Liga inzwischen so eng ist. Und wenn ich zu Hause gegen Samt gewinne oder wenn ich in Leverkusen 5-4 gewinne, dann können wir im Endeffekt 100% mit dem bisherigen Saisonverlust zufrieden sein. Ich hoffe, dass wir jetzt die Pause nutzen, weil das war ein sehr, sehr intensives Spiel mit hohem Tempo, dass wir uns regenerieren. Einige Spielerinnen sind unterwegs bei den Jugendnationalmannschaften und dass wir dann im nächsten Heimspiel nachlegen und gegen Köln gewinnen. Ich wünsche euch trotzdem weiterhin alles Gute, vor allen Dingen dir, Bernd. Ich kenne das, wenn die ganzen Zecken aus den Löchern kommen, wenn man verliert. Aber gehört dazu, ist unser Job, müssen wir alle mitlegen. Ich bin froh, dass wir schon zehn Punkte auf dem Konto haben. Danke. Danke. Herr Schwülder, was sagen Sie zum Spiel? Ja, Markus hat schon gesagt, die Chancen waren verteilt. Wenn es 2-2 oder 3-3 ausgegangen wäre, hätte man auch nicht können sagen. Das ist ja die Kruxer-Geschichte, dass wir jetzt im vierten Spiel kein Tor geschossen haben. Und da zeigt sich eigentlich, wo unsere Qualität zurzeit liegt, nämlich nicht im Strom. Man könnte mal sagen, wir müssen mal neue Spieler holen oder irgendetwas anders machen oder so einen Scheiß. Da wollen wir gar nicht drüber reden. Wir müssen mit den Leuten, die wir hier haben, auskommen und wir müssen einfach jedes Spiel neu angehen. Und man hat ja heute gesehen, dass das Normale ist, dass so eine Mannschaft dann auch mit Kampf und Leidenschaft ins Spiel geht. Und natürlich dann versucht, auch die Tore zu machen. Aber im Moment haben wir die Balance nicht gefunden zwischen spielerischen Möglichkeiten und kämpferischen. Und das haben wir früher mal gehabt. Das liegt natürlich nicht an den Spielern allein, sondern auch an der ganzen Situation in der Liga. Markus hat gesagt, die anderen schlafen ja nicht. Ich denke nur, man muss da ganz vorsichtig sein mit Kritik. Und in dieser Woche habe ich mir immer alles durchgelesen, was so geschrieben wird und gesagt wird und drum und dran. Ich habe nichts gegen Kritik, aber ich vermisse den Wert der Kritik in bestimmten Situationen. Und deshalb kann ich mit bestimmten Dingen überhaupt nicht einverstanden sein. Wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir jeden Tag machen. Und wenn Leute so tun, als wenn sie wüssten, was bei Turbinen los ist und irgendwelche Dinge, die vor 10, 15 Jahren mal von irgendeiner Spielerin gesagt wurden, als das zurzeit aktuelle sagen, dann tut mir das außerordentlich leid. Ich denke schon, dieser Verein und diese Mannschaft ist anders aufgestellt als vor 10 Jahren, obwohl die Spieler, die dann weggegangen sind, haben Champions League und Meisterschaft und alles geholt. Und das ist eine andere Situation. Wir müssen mit unseren Spielern klarkommen. Wir haben Vertrauen zu den Spielern. Ich denke, das Schlimmste, was man jetzt machen kann, alles auf die Spieler schimpfen, auf andere Leute oder neue Leute holen oder solchen Quatsch. Das ist nicht unser Ziel. Wir haben von Anfang an gesagt, das ist unsere Mannschaft und dazu müssen wir stehen. Ich habe gesehen, wir haben die Chancen nicht genutzt. Die waren nicht sensationell rausgespielt. Wir haben alles versucht. Wir haben die Mannschaft hier und da mal verändert, was einigen Leuten auch nicht gefällt, weil sie gar nicht wissen, wie unser Spieler mal funktionieren. Wenn dann einer sagen muss, die muss da und da spielen, Markus kennt das auch, dann hat er keine Ahnung. Wir müssen ehrlich sagen, wir wissen, wo unsere Spieler ihre Stärken haben und das spielen die im Moment. Mehr ist da einfach nicht drin. Und dann muss man eben klarkommen. Wir müssen weiterarbeiten, weiterspielen und nicht reden und diskutieren, sondern normal arbeiten. Und wenn Bianca Schmidt sagt in irgendeinem Interview, ja wir haben jetzt noch mehr trainiert, das heißt doch nur nicht, dass wir umfangmäßig mehr trainiert haben. Da müssen wir mal ein bisschen nachgucken. Das heißt, dass wir vielleicht das eine oder andere verändert haben. Dass wir versuchen, wie es bei jedem Verein ist, auch mal neue Impulse setzen im Training hier und da und drum und dran. Jetzt spielt mal schwarz gegen weiß und dann spielen mal grün gegen rot oder sowas. Das ist Fußball. Und wer sich da erlaubt, irgendwelche Dinge zu reden und von irgendwelchen Dingen, da muss ich in unserer eigenen Zeitung teilweise auch mal sagen, Leute, wenn ihr der Meinung seid, es ist irgendwas faul, dann kommt raus und guckt euch das an, was dort abläuft. Guckt euch, wie die Mädels alle sich den Arsch aufreißen und drum und dran. Wie können wir das sagen, aber eine Kritik ohne Wert, das ist nicht unverschließend. Danke für die ehrlichen Worte. Dass die Liga ganz toll eng ist, haben wir heute doppelt gesehen. Bremen, Frankfurt 1-1. Und auch Sand gewinnt tatsächlich in Wolfsburg mit 1-0. Also die Überraschungen waren heute da. Gibt es jetzt Fragen der Pressevertreter? Eine Frage an den Gästetrainer. Wie gelingt es Ihnen immer hier in Potsdam, Ihre Mannschaft so gut einzustellen? Haben Sie dann sonst Rezept? Ja gut, in den letzten Jahren haben wir ja hier letztendlich immer verloren. Also von daher haben wir dann, oder habe ich die Mannschaft dann doch nicht so gut eingestellt. Aber klar, wir hatten auch Zeiten, haben wir eben mal knapp verloren. DFB-Pokal dann auch in der Meisterschaft. Gut, aber im Endeffekt, uns war halt heute wichtig, also es ging weniger um Potsdam. Das war einfach, ja, die letzte Niederlage zu Hause wettmachen. Und das war einfach, da waren wir, ja, wenn wir da gewonnen hätten, dann wären wir jetzt oben ganz eng dabei, an der Spitze. Und ich habe einfach auf eine Reaktion der Mannschaft gehofft und das haben wir heute gezeigt. Und dann war vielleicht ein Glück, dass wir dann heute gegen Potsdam gespielt haben. Herr Hüttner, am Spielende haben Sie ja so gebrüllt, die Faust gewollt, dass Sie die Champions League gewonnen haben. Gegen Potsdam, wenn Sie auf dem Papier sehen, Sie waren durch Vierter oder Fünfter, aber jedenfalls oben mit drin, und Potsdam im Tabellenkeller. Wollen wir ja sagen, Sie wären Favorit gewesen. Sie sehen Potsdam jetzt massiv angeschlagen. Vielleicht können Sie die Lage ein bisschen kommentieren und vielleicht spricht die Tabelle nicht so ganz die richtige Wertigkeit von Turbine, oder? Ja, habe ich ja schon eingangs erwähnt. Turbine wollte heute den Bock umstoßen und wir haben viel unternommen. Und damit ist nach wie vor Turbine eine Mannschaft, die oben unter die ersten vier gehört. Und unser Anspruch ist, wenn man sieht, wie viele junge Spielerinnen wir haben, ist immer wieder Blickkontakt zu den ersten vier zu haben. Aber vor allen Dingen, und das sagen ja die Ergebnisse immer wieder aus, dass man auch aufpassen muss, dass man nicht unten rein gerät. Und von daher bin ich dankbar für jeden Punkt, egal gegen wen. Und wenn man auswärts hier 0-0 spielt, dann glaube ich, kann man schon zufrieden sein. Als Trainer von Essen. Dass unsere Ansprüche irgendwann sich ändern werden, ist klar. Und ich habe vor der Saison gesagt, die Spielerinnen werden irgendwann den nächsten Step machen. Und einige sind dabei. Wir haben eine Lea Schünne, die ist gerade 18 geworden. Die hat heute auch wieder ein recht ordentliches Spiel gemacht. Wir haben eine Linda Dallmann, die jetzt, obwohl sie erst 21 ist, aber schon vier oder fünf Jahre Stammspieler in der Bundesliga ist. Die hat schon fast 100 Bundesligaspiele. Und ja, so bauen wir das peu à peu auf. Und diese Spielerinnen, die werden, wenn die dann fünf, sechs Jahre diese Erfahrung in der Bundesliga haben, werden die irgendwann auch die Fähigkeit haben, also werden die Spielerinnen, Spitzenspielerinnen sein. Und dann haben wir durchaus auch den Anspruch, dann oben anzuklopfen. Aber die anderen Mannschaften investieren, ist auch ganz klar. Wir gehen den Weg mit deutschen Spielerinnen. Jetzt seit ich da bin im sechsten Jahr. Und in meinen Augen gibt es so viele gute Talente. Die muss man fördern. Und das ist unser Weg. Und ich glaube, das gelingt uns sehr gut bisher. Gibt es weitere Fragen? Eine Frage. Wenn man das also sieht, dass die jungen Spielerinnen sich nach Land führen, aber sie haben doch keine Eliteschule des Sports in Essen oder Errichtmisch. Wie ist denn Ihr System, an Talente heranzukommen? Ja gut, wir haben natürlich im Ruhrgebiet relativ viele Mädels, die Fußball spielen. Deswegen haben wir da auch letztendlich eine große Auswahl an Talenten. Und gerade dann im Nachwuchsbereich haben wir inzwischen ein sehr, sehr gutes Scouting. Und wir versuchen halt mit den Möglichkeiten, die wir haben, versuchen wir das Optimale zu machen. Und man darf auch nicht vergessen, heute hat noch eine Jana Feldkamp gefehlt, die ist 17. Die war in meinen Augen in den letzten Spielen überragend auf der 6. Und ja, die hat letzte Woche heute leider nicht gespielt. Und wo wir da auch noch junge Talente in der Hinterhand haben. Und ich bleibe dabei, diese Spielerinnen, die greifen jetzt allmählich an. Und die machen gerade den etablierten Spielerinnen, auch den etablierten deutschen Spielerinnen, machen die ganz schön Feuer unter dem Arsch. Und das war immer unser Anspruch. Und da müssen wir einfach dranbleiben. Das heißt aber nicht, wir dürfen uns nicht ausruhen. Auch ganz klar. Und ja, ich hoffe, dass wir den Weg weitergehen können. Gut, wenn es jetzt keine weiteren Fragen gibt, sage ich noch einmal die Zuschauerzahl. 1820 hatten wir heute im Stadion. Die Liga geht jetzt in eine Pause. Wir spielen als nächstes wieder am 1.11. in Hoffenheim. Und dann darauf das Wochenende gleich nochmal gegen Hoffenheim. Diesmal dann aber im Kali, wo wir uns hier hoffentlich alle wieder den Essen haben. wünsche ich eine gute Heimreise. Euch allen noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.